Die braven Österreicher werden nun erneut bis 18. Jänner in den harten Lockdown inklusive Ausgangssperren gesteckt. Wer nach dem 18. Jänner wieder herauskommen möchte, muss einen Zwangstest durchführen, sonst bleibt er weitere sieben Tage im Lockdown, vorerst zumindest. Denn die Pläne der Regierung oder die Verlautbarungen ändern sich bekanntlich öfter. Und das, obwohl die Österreicher so brav alles mitgemacht haben, brav die Maskenpflicht eingehalten haben, brav die Abstandsregelungen eingehalten haben, brav jeden Lockdown mitgetragen haben, brav ihre Familien und Freunde nicht mehr besucht haben. Denn darum ging es nie. Es ging nie um den Virus. Es ging von Anfang an nie um das Virus. Es geht, und das jetzt bitte auch zum Weiterleiten geeignet, kurz und komprimiert, entgegen meiner sonstigen Videos wirklich kompakt zusammengefasst, Es geht darum, dass einflussreiche Globalisten seit Jahrzehnten daran arbeiten, einen internationalen Superstaat zu errichten. Und sie sprechen von diesem Superstaat selbst und überheblich von ihrer neuen Weltordnung. Und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern wurde 2020 gelebte Verschwörungspraxis. Für jedermann sichtbar, der sehen wollte, der hat und stark genug war, sehen zu können. Und warum haben sie es jetzt so eilig? Warum muss es jetzt so schnell gehen? Weil sie in eine finale Phase eingetreten sind. Die Demokratie, also die Mitbestimmung des Volkes, schien ihnen nicht mehr geeignet, um das Volk klein und kontrolliert zu halten. Diese Form, die Demokratie, ging immer öfter schon schief. Und deswegen versucht man jetzt in ein neues totalitäres Zeitalter zu überstellen. Wirtschaftlicher Hintergrund ist, dass das Finanzsystem und das Wirtschaftssystem heillos kaputt und krank ist und eines Reset bedarf, wie sie es selbst schildern. Einen Neustart. Und sie selbst drücken jetzt diesen Knopf des Reset, dieses Great Reset, um von vorne wieder beginnen zu können. Um alles auf Null setzen zu können. An dessen Neubeginn wieder dieselben Eliten stehen werden, die uns dieses ganze Problem eingebrockt haben. Darum geht es. Und das Virus ist ein Vorwand. Und wer das nicht verstanden hat, wird auch nicht verstehen, dass ihm das neue Halten an den Lockdown nichts bringen wird. Er wird auch nicht verstehen, dass ihm die Impfung nichts bringen wird. Es gibt kein Zurück mehr in die alte Normalität. Sie wollen sie nicht mehr, die alte Normalität. Sie wollen die neue Normalität, in der es normal ist, Abstand zu halten. In der es normal ist, dass man keine menschlichen Beziehungen mehr pflegt. In der es normal ist, dass wir nicht mehr normal miteinander kommunizieren können. Uns treffen, uns lieben und uns umarmen können. Sie schalten in einen neuen Gang. Sie schalten in eine neue Phase und wollen dies über Weihnachten, Anfang des Jahres durchziehen, um uns vor vollendete Tatsachen zu stellen. Ich werde mir das nicht gefallen lassen. Und ich weiß, dass da draußen Hunderttausende, Millionen Menschen sind, die sich das auch nicht gefallen lassen werden. Ich bitte also, organisiert euch, vernetzt euch die nächsten Tage und Wochen, damit wir im Jänner gemeinsam gegen die geplante Impfpflicht mobil machen können. Es ist unsere Möglichkeit, hier das System in Zugzwang zu versetzen. Sie wollen uns einsperren, aber wir lassen uns nicht länger einsperren. Vernetzen Sie sich. Suchen Sie Kontakt zu Leuten, die das genauso sehen wie Sie. Denn es sind Tausende, auch in Ihrem Umfeld. Wir müssen endlich vom Reden ins Tun kommen. Und mein konkreter Ansatz ist, dass wir vermehrt die Leute aufklären. Wir müssen die Schlafenden wachrütteln, was hier gespielt wird. Tragen Sie Ihren Beitrag dazu bei, jeden Tag mit dem Weiterleiten von alternativen Informationen. Das ist elementar wichtig in dieser Phase. Ich selbst kann anbieten, in meinem persönlichen Umfeld, in meinem Bundesland Oberösterreich, Vernetzungsgruppen zu stärken. Nehmen Sie mit mir Kontakt auf. Ich blende hier die E-Mail-Adresse ein. Und darüber hinaus bitte ich alle weiteren Leute, sich in meinen kostenlosen Rundbrief einzutragen. Wir werden Ihnen nächsten Tagen neue Projekte hier vorstellen. Wir werden hier gegensteuern. Wir werden hier Aufklärungsarbeit machen. Und wir werden uns nicht auf Dauer einsperren lassen.